Präzision in Perfektion seit über 30 Jahren. Die Fertigung hochwertiger Präzisionsdrehteile steht im Fokus des Unternehmens BSD Präzisionsdrehteile GmbH. Erfahrung und Kompetenz zeichnen den Meisterbetrieb aus, der unter der inhabergeführten Leitung von Heike Gümpel mit engagiertem Fachkräfteteam erstklassige Qualitätsprodukte liefert. Klein- und Mikrodrehteile, ob Prototypen, Klein- oder Großserien aus Edelstahl, Stahl, Aluminium, Kupfer, Titan, Bronze oder Messing, die Produkte bilden eine breite Palette ab, die mit einem modernen Maschinenpark produziert wird. Moderne CNC-gesteuerte Drehautomaten ermöglichen die Herstellung der Bauteile mit bis zu 20 mm Durchmesser. Zur Sicherstellung der Qualität stehen umfangreiche hochgenaue Messmittel zur Verfügung und garantieren nachhaltige Sicherheit im späteren Einsatz. Kunden aus der Automobilindustrie und Elektrotechnik, dem Maschinen- und Instrumentenbau, der Medizin- und Optiktechnik, dem Werkzeugbau sowie viele mehr nutzen anspruchsvolle Produkte von BSD. BSD. Weltweit. BSD-Präzisionsdrehteile. Fragen Sie uns. Wir haben die passende Lösung.